so hallo herzlich willkommen zu einer neuen poker runde heute wieder einmal mit mir und ich habe mir mal für diese runde ein neues bild ausgesucht und zwar bin ich nein ich gehe nicht mit bei 5,4 hallo ich habe mal so ein klein ja was ist das genau leopard geopard irgendwie so seine richtung habe ich mal ausgesucht im hintergrund damit sonnenuntergang und so was ja heute mir gedacht gut ich bin wieder in der runde poker am pokertus wieder mal mit der dame da im roten kleid und oben sieht man die uhrzeit 0 uhr 39 jetzt im moment ich habe bube und mit 10 mitgehen bei 200 ja ich bin mal mit bube ist nicht so schlecht wenn die 10 dabei ist so mitgehen 200 ja gehe ich noch mal mit habe mal den buben getroffen den buben oder man sagt auch die jungen dazu ja genau jetzt ist das ja nur 40 moment ich muss noch mal mitgehen wo steht das denn dran also genau lange nicht hingeguckt auf die eckung und zwar ist heute mittwoch heute ist mittwoch der sechste sechste november so ja ping mitgehen 830 ja gut darf man bitte so den buben aber vielleicht kommt ja noch einer oder eine 10 so gerne ich schiebe mal das sind zwei drei herzen im moment können einer natürlich zwei herzen haben guck mal es geht an der mittwoch bei 2,1 k nee lass mal das ist dann wieder bube und ne fünf ich weiß ja noch einmal das war glaube ich dann in der letzten runde im letzten video wo ich glaube ich so gut wie gar nichts hatte und an karten jetzt und dann doch sehr viel gewonnen hatte das war risiko also ja da sind schon wieder drei rote die vielen der sieben und neun ich hab ne fünf also die gehen auf 1,6 sind die dann wahnsinnig nein ein echtes pokespiel mit echten leuten und man weiß nicht wer dahinter steckt das ist doch schön ich hätte die fünf getroffen und das paar sieben nach zwei paare naja weiß man das nein weiß man nicht ich passe neun und sieben das ist ne das ist nix und ich finde mein bild was ich mir nur ausgesucht habe fürs pokern und so mein avatar sieht doch richtig nett aus mit grünen haugen und hinten der sonne unter oder auch aufgang man weiß es nicht ja und der eine da oben rechts der hat dann von der dreidemsen halten die figur sich ausgesucht mit dem hut ja und sonst irgendwie keine ahnung andere figuren halt keine ahnung aus welchem spiel dieser raus sind die figuren der sich jetzt dreht der gelbe strich oder hat der andere oben wo schieben steht irgendwie aus der wüste oder wird gut er lässt sich jetzt ein bisschen zeit da lässt er diesen strich zwar mal ganz ablaufen donnerwetter so und er hatte ja auch schon zeit genug jetzt lässt er das auch ablaufen oder was dann zieht er das auch so in die länge da hätte ich ja sowieso nix getroffen der eine hat 2,2 kaufend tüch der eine hat drei wo auch 11 knapp 12.000 halleluja ich hätte nur die neuen ok straße hat er da oben halleluja na gut dann geben wir die neue karten her die dicken brüsten oh bube und zehn schon wieder ei 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 ähm ting 2,4 am anfang ja klar äh nee lass mal klar keine zehn und so kommen aber mhm hab noch da über 116.000 im pot und so in reserve aber genau bube kommt eigentlich fast jede runde auch mal eine runde nicht hier ist es auf der seite ich hätte nur den buben gut der hat ein ass ja 6 und 9 aber zweimal karo ja dann 2,6 alter na gut gehe ich mal mit wir kommen jetzt nochmal zweimal karo nein natürlich nicht aber die sechs ich hab ähm dingens ein drilling bum 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 äh ich gebe uns da 100 hoch nochmal nicht so viel ne ach gott äh keine ahnung 420 geht da auch mit gut habe ich diese runde mal gewonnen jetzt haben wir eine dame das ist auch nicht so ein besonders äh mit gehen 200 ja warum nicht wieder an drei jahr ok bin setz ich mal alles jetzt das ist doch naja alles ist auch so ja ich würde mal sagen mich ganz dinge und mit gehen bei 2k aber ja wo ist denn 2k keine ahnung 4k auf 4k erhöhen Mitgehen auf 9k? Gerne. 7? Klar, 7. Ich gehe auf 15. Komm, hau raus, das Geld. 9,4. Ich gehe auf 9,4. Ah, kacke, ey. Auch die Dame, das gibt es auch nicht. Alter, nur weil eine Zahl größer war. Unglaublich. Ah, mein Ohr juckt. Moment, ich muss mein Ohr jucken. Ah. Ah, so. Eieiei, beide hatten drei Damen, ey, das war ja. Wahnsinn. Bitte raten Sie die nicht so runter ab. Bitte raten Sie die nicht so runter ab. Ja. Okay, damit ich das Geld wiederholen kann, irgendwie. Das war doch ziemlich hart. Ich hatte eine 2 oder was, eine 4 oder was, und er hatte eine 7 oder so weiter. Hätte ich eine 10 gehabt? Ja, hätte ich gewonnen. Oder eine 9, hätte auch gereicht. Zum Beispiel. Oder Buhe, er hat eine kleine Zahl noch dabei. Aber bei 3 da muss man mitgehen. Guck mal, da ist auch jetzt so 7, 8, 9. Hat einer noch eine 10 oder weiß nicht. Ja, der hat eine 10. Wow, Straße. Wahnsinn. So, was habe ich denn jetzt da? Bube und eine 5. Bube, 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 Bube. Ähm, ne, lass mal. Ich passe. Ich passe auf. Bube, 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 Bube. ich mach Bubu ich möchte ich nehme die Bungen die Wienbarn von Kampon Kampon Prozent was ist denn da 123 Holt Karten liegen da alte aber ich kriege immer so klein wieder im Buben kleine Zahl erhält es doch mitgehen ich hoffe auf K.O. jetzt K.O. ist Trumpf weißt du ich Trumpf? K.O. ach ja weißt du ich Trumpf? K.O. na toll komm zwar mal picken einmal herz ne das wird nichts mehr ok raus klar ich hab nen Buben und ja ich hab die 5 ach miss zu früh ich hab die 5 zu spät gesehen ach du heilige naja egal zwei Paar hätte reichen können aber ich hab die 5 nicht gesehen ok was aus 9 wie aber braucht einer auch ne Buben haben und vielleicht 8er oder 9er dabei dann hätte meine 5 auch nicht gereicht Jett gewonnen ein Fluss wow picken ok hätte ich sowieso verloren so jetzt habe ich zwei Bilder Bube und ein König und dann noch beides im kreuz ich hab's im kreuz hei jei jei nur ein kreuz ist gekommen wäre noch ein zweites da oben jetzt dabei was denn ja ich schiebe mal ich kann ja gut schieben 3 kreuz hätte mir nochmal 4 oben sein können was hat er gemacht 1,3 nö dann nicht ok kein kreuz ak oha an laconica wie heißt das acker ok alles das risiko naja bei den karten muss ich mitgehen oh man warum kein ass oder kein könig ey jetzt muss aber ass und könig kommen los kommen ich will mitgehen komm ass oder könig ass oder könig johann könig äh wieder nicht ey das ist doch nicht mal das ist doch nicht wahr und ne 4 natürlich ich hab ein paar hä was ach nur die 4er ok ich selbst hab alles getroffen ok das muss ich mir dann nach meinem video angucken was ich das was ich getroffen habe da genau und wie viel ich gewonnen habe alter der typ der lässt sich immer so viel zeit ey wenn es ein mann ist dann kann er vielleicht eine frau mitspielen warum nicht mhm alter war doch nicht immer so ewig lange mensch mhm ein neuer ist gekommen lalalalala wieder weg der strich und zack das macht man doch schneller mit 4 4 was nein komm ich höre mal hier auf 800 so bube ass das ist ein könig ein paar vierer gib mir äh bube oder ass bube oder ass das macht was nein doch nicht vier da sind drei vierer alter das ist doch nicht wahr mhm mhm kein bube kein ass na gut dann nicht boah alter ist nicht wahr das sind drei vierer ey wieso habe ich denn keine vierer ja klar wieder ein bube ja mal dieser kack bube ey das ist doch nicht wahr ne ich bin da weg ich bin da weg bube mein 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 ich träg mal was ich bin da weg ich bin da weg mal was ich bin da weg ich bin da weg ich bin da weg ich bin da weg Ach, krieg ich schon wieder? Ey, ich krieg immer nur die Buben heute. Was ist denn da los, Mann? Das kann doch nicht wahr sein. Die ganzen Rücken hier von Bube, 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 Bube. Mann, ich will nicht so viele Jungs haben. Ey, das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Mann, Mann, Mann. So, ich krieg aber gleich ein paar Buben, pass mal auf, ey. Und eine 2. Nein, nicht. 5, 8, oh, Gott. Oh. 1,6, 1,6, ich krieg noch ein Buben, komm, hau raus, Bube. Los, du blondes Mädchen, nein, 7. Blah. Das ist auch nicht wahr. Das kann doch alles nicht wahr sein. Und ne, 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 toll. Nix da. Jo, ich hab keinen Buben getroffen, ich hab nix. Pimmel. Naja. Jetzt hab ich zwei Piken und ein König, okay. Jetzt muss dann nochmal ein König kommen. Ein bisschen gleich zwei. Oder alles Piken. Pik, pik. Na komm. Äh, ja, komm. Zack. Oh, ein König. Oha, 2, 3, 4. Nee. Es, 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 ich geb' mal auf 200 hoch. Hm, ja. Gib mal noch ein König, ein Ass. Ah. Äh, äh. Äh. König. Gib mal ein König oder was weiß ich. Ah, alles hier Piken, das ist doch Hühnerleiter. Dame, nur toll. Ich hab doch keine Dame, ich hab nur einen König. Äh. Äh. Ja, komm. Okay, 3 und 4 hat er getroffen. Zwei Paar. Ich hab 3 und 6. Na toll, das bringt gar nichts. Äh, hä, hä. All in. Alles auf Risiko. Ich brauch dir ein Bett aus Stroh. Denn unsere Liebe geht niemals K.O. Oh, 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 all in. Ding, ding. Alles auf Risiko. Ich brauch dir ein Bett aus Stroh. Denn unsere Liebe geht niemals K.O. Oh, weiter war ich nicht. Hihihihi. Lalalalalarelilalita. Dun, 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 du, du, du. Ach, alter, komm. akka wow und gleich kommen auf den tüchtern und nummern pass mal auf ping 100 mädchen auf 100 mit pro irbekommt 600 meinen machen 1 und Ich habe da das Ass ja als Karo, der könnte ja noch mal 2 Karo kommen, wer weiß. Oh, und der lässt sich auch wieder so viel Zeit. Aber gut, 3,4, ja warum nicht? Ich mache 6,8 aus. Vielleicht gewinnt er auch mal die hohe Karte. Oh, Alter, komm ich hau mal 500 jetzt raus hier, so, boah, ja, 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 ok, 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 Moment, R1, so, hier alles, roll in, jo, auch mal was gewonnen, 3,8, nee, nix, 3,8, oder 8,3, je nachdem, oder 89, nein, bambam, 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 klar, könnte ein 8er kommen, warum nicht, und mit 8er gewinnen, aber, äh, ach du heilige, 3, 4, 5, das gibt es doch nicht, jetzt kommt gleich noch eine 6, dann wäre da eine Straße gewesen, also, oder mit 2, naja, bei, ich muss schon die 6 da hin, oh, 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 ich hätte jetzt da die 8 getroffen, ei, 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 8, 7, ne, 6 fehlt noch, wäre 5 und 4, hätte ich dann nicht, ich habe aber dabei, oder 3, 4, 5, 6, ja, ne, 7 wäre da, aber, ne, auf, ok, was, meine, was noch gekommen wäre, 9 und 10, und piken, ah, wieder zwei gleiche, boah, 4, gleich auf 4, ok, jetzt kommt alles picken, pass mal auf, dann habe ich gewonnen, hehehehe, jetzt muss alles picken, komm, picken, komm, picken, komm, jetzt muss alles picken, komm, picken, 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 komm, nein, Kreuz, zwei Kreuze und ein Herz, äh, und dann noch zwei Bilder dabei, das ist doch wohl nicht wahr, huch, die ist von oben nach unten gewandert, die Gabi, 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 E-Bug, auch toll, wurde das gelesen, oh, 9 und ne 10, wenn ich jetzt noch ne 9 komme und ne 10, hm, 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 oh, 10, aber er hat die Dame getroffen, ah, kacka, du, ah, Mist, ey, Ass, ja komm, Ass, Ass ist immer gut, aber, hm, 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 hm ja komm 1,4 red der dämpchen typ das ist immer noch da 6,9 hau raus all deine vier das gibt es doch nicht warum nicht eine 6 main habe ich zwar erst zwei paar wer weiß was die anderen haben zwei jungs na toll wird aufgeteilt gut bube und die drei ist so klein die teile was man nie was man davon halten soll kann man kriegen muss man aber nicht dann gleich weg damit diese kamu oh ja hier ist die gabi da ok 34 zwei kleine zahlen 34 kommt jetzt 56 7 8 9 10 11 oder wird ok smart blind ist auch wieder da aber das gesicht 34 das ist mir zu blöde wau könig 6 könig 6 also so mittel ding hohe karte kleine zahlen ich nehme noch ein stück schokolade ich habe noch ein bisschen schokolade hier so muss mich stärken dann gewinne ich auch um 1 und 11 minuten oben waren sind da ist kein ja oh je könig hm bing 1,7 naja was ist mit so hoch aber ich kann ja könig bekommen warum nicht ne eine karte fehlt noch hm 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 ach natürlich ah kein könig schade hm 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 so wer gewinnt jetzt hm ich habe überhaupt nichts dame 8,8 uha kriegt er auch was alter mit 3,8 und dann noch uha hm dame 8 hm 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 ich glaube ich muss noch ein Stück schokolade essen dann gebe ich bestimmt Tuff, 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 Poloran. Ach ja. Oh, da haben wir, da haben wir. Alter, wenn immer andere so ewig lange waren, bis alle beide Strecke abgelaufen sind. Geht noch eine Dame oder eine Acht? Eine Acht, Mann. Ich erhöhe auf 1, 2. Mitglied 1, 5? Nein. Oh Gott. Uiuiuiui. Damen und Kirchen. Hohoho. Okay, komm, erhöhen hier auf. Äh, alles. So. Okay. Da hat der gewonnen. Ich hatte, da muss ich da mal sehen, was da jetzt wieder war. Ähm. 26, 31. Was sind das hier für Zahlen? Merkwürdig. Hm. Na gut. Ne, das muss ich mir jetzt richtig stärken. Moment. Mach ich das anders. Fokulade durchbrechen, hat man bestimmt gehört. Äh, ja, ja, ja. Ähm. Ähm. Ich hab'n Ass. Moment. So. Spekulatius. Spekulatius. Spekulatius muss auch noch in meinen Mund. Hm. Hört ja komisch an, aber was soll's. So. Hm. Oh Gott. Was nimm ich denn da? Was mach ich denn da? Ah. Ne. Hm. 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 So, oben ist jetzt 1.16 Uhr. Hm. Ich würde mal sagen, so gegen 1 Uhr, oder so zwischen 1 Uhr 20 und 25 höre ich dann auf. Und dann habe ich heute erstmal auch wieder genug gepokert hier. Wenn ich dann so zwischen 20 und 25 da aufhöre. Hm. Klingt smart. Ein König spielt mit. Wie schön. Hm. Hm. Tja. 2.7. Was soll man da machen, ne? Hm. Ich hoffe ja drauf, dass wir da die gleiche Farbe nochmal kriegen. Kreuz. 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 Ich hab's mit dem Kreuz. 1.8. Komm her. Hau raus. Vielleicht gibt's ja Kreuz. Nein. Pik, Herz, Karo. Ja toll. Von jedem etwas. Ja. Menno. Toll. Oh. Vielleicht kommt da noch ein 2 oder eine 7. Wer weiß. Äh. Ja komm. Hau raus da. Ne 10. Mann, ich will keine 10. Ach, ne Ass. Ja super. Hm. 9. Ass. Okay. Rrrr. Mit Ass und ne 4. Hm. Ass. Rrrr. Hm. 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 Hm 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 wenn ich mir ein neues Geld besorgt habe. So, die eine Runde spielt ja nochmal mit dir. Wenn ich gleich Karten bekomme. Und danach will ich deine Folge beenden. Da. Ich trinke mal kurz was. Uiuiuiui. All in. Alles auf Risiko. Ich baue mir ein... Ne, 84. Ich kann nicht 84 haben, man. Mach weg, du, das Ding. Ich will bessere Karten haben. Boah, das ist ein 210er. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Hopp, was... Spielt ein Japaner oder sowas mit da? Dieses Schriftzeichen. Hm. Okay, auf den Tisch. Rote Karte, schwarze Karte, rote Karte, schwarze Karte, rote Karte. okay ich habe immer so kleine puppzahlen er das ist doch nicht wahr ich höre mal auf 400 ich gehe gleich mal mit so das ist jetzt dann jetzt der letzte runde ich habe jetzt gewinnen oder verlieren und jetzt dann einmal alles auf risiko in ja so all in bam bam jetzt geht los nein der geht auf das war jetzt nicht nach zwei piken bei zwei piken ja kaum zwei piken hau raus hier alles all in oh gott wieso gehen die raus die wissen da ist noch gar nichts oh gott alter zwei könige ja super okay ich habe jetzt wieder einiges an geld gewonnen hatte ich nicht gedacht gut dann ja die poker freunde das war es für heute mal eine etwas längere folge als glaube ich letztes mal und davor dann bedanke mich fürs gucken macht ihr noch einen schönen tag schönen abend oder was auch immer oder schöne nacht so wie ich und dann sage ich bis heute in der pokerrunde machs gut und bye bye